Servus liebe World of Warcraft Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Auch in Patch 10.2 gibt es im RAID wieder sogenannte Omni-Token, die ihr einsetzen könnt für ein T-Set nach eurer Wahl. Allerdings stellt sich jetzt die Frage, wo kann man die denn überhaupt eintauschen und das will ich euch fix in diesem Video zeigen. Erstmal vorweg, worüber bekommt man Omni-Token? Einmal über diesen Erfolg hier, Meister der Saison 3 von Dragonflight. Das ist, wenn ihr heroisch Amir Drassil gecleared habt, den Schlüsselsteinmeister ergattert habt oder den Titel Herausforderer im PvP. Dafür bekommt ihr einmalig pro Char ein Token, mit dem ihr euch ein T-Set Teil eurer Wahl ergattern könnt. Dann gibt es noch die Möglichkeit, bei Endboss Fyrak diese Omni-Token zu ergattern und die droppen auf jedem Schwierigkeitsgrad. Dabei handelt es hier um die flammenverzerrte Kuriosität. Wie ihr seht, droppt auch im LFR, droppt sowohl im Mythisch und das Ding könnt ihr auch einsetzen und euch, völlig egal welches, ein T-Teil eurer Wahl zu holen. Wo ihr dafür hingehen müsst, ist tatsächlich relativ simpel. Ähnlich wie bei Avarus gibt es dafür ein Lager kurz vor dem Raid und das seht ihr hier. Das ist dieser, wie heißt der, Urquell-Ausguck und wenn ihr hier vom Flugmeister ankommt, habt ihr hier vorne ein paar Händler. Entscheidend sind aber die, die hier stehen, bei den Koordinaten 37, 33. Der linke Dude, zack, der verkauft euch Ausrüstung für dieses Smaragdmal der Meisterschaft. Also das ist das Teil, was ihr bekommt, wenn ihr den Meister der zweiten Season von Dragonflight Erfolg holt. Da müsst ihr hierhin, also mit Erfolg dahin, mit den Kuriositäten von Fyrak, geht ihr zum Dude rechts daneben und ist geordnet. Es geht los mit LFR. Dann kommen wir zu mythisch, heroisch, beziehungsweise hier haben wir LFR, dann müsste rechts daneben normal sein und dann bekommen wir heroisch und mythisch serviert. Also es ist da auch geordnet nach Schwierigkeitsgrad. Sucht euch dann das Item aus, welches euch am besten passt oder welches euch noch fehlt und fertig. Kleiner Tipp, wenn es egal ist, welches Item euch fehlt, würde ich euch empfehlen, nach Möglichkeit den Kopf-Slot zu nehmen und nicht die Hände. Die Hände haben von allen Items, egal ob HC oder so, das schlechteste Itemlevel. Also wir sehen jetzt nun mal, auf mythisch ist der Kopf 489, die Hände 480, auf heroisch sind die Hände 467, der Kopf 476. Also da liegt ein Unterschied zwischen neun Itemleveln dazwischen. Natürlich könnt ihr am Ende die Items aufs selbe Itemlevel upgraden. Allerdings ist es ja schon ganz gut, wenn man sich das erstmal sparen kann. Also gönnt euch am besten Kopf und ich glaube Schultern und Beine sind auch noch relativ in Ordnung. Jawohl. Und Brust auch. Also am schwächsten sind tatsächlich die Hände. Da einfach drauf achten. Und damit Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video und reingehauen.